Dieser bisschen stößt dann wieder so weit vorne, Trüffelkopf. Damn, it feels good to be a gangsta. Allihallo und herzlich willkommen zurück zu Bears Gaming. Ich bin immer noch Barney. Und ich bin immer noch Mörs. Wie schickt er manchmal seine Stimme überschlägt? So süß. Ey, nicht schon wieder. Ich kann nicht, mir wird's schon wieder schwindig. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit meiner Durchblutung nicht. Nimm schein immer nur Yoshi, oder was? Nee, ich hab grad immer Baby Mario, oder? Ja, aber sonst? Da war ich auch was anderes. Das sind Pinguine voll klein. Ja, winzig. Ja, der doch nicht. Die, wo da um die Säulen laufen, die sind doch dann in 64 viel größer. Wow, jetzt hab ich, jetzt hab ich Windschatti! Watschi Batschi! ACH KOMM! Wird nicht ins Fahrerfeld reingesetzt. Oh Gott, BOMBINI! BOMBINI! Anstatt WANN! Es darf doch alles nicht wahr sein, wann bleibe ich denn immer an den Wänden hängen und dann bleibt dann hier... ACH! AST! NÄH! ACH! Wie eine Pinguine gibt's denn da? Dass dich jetzt etwa nicht mehr so gewischt hat, extra bremst, dass du mit neuflirrst. Hey, wieso bleibe ich immer an den Wänden hängen? Und was soll denn das? Man, verpisst dich! Warum fahr ich immer in den gleichen Pinguinen und in die gleiche Wand und in den gleichen Scheißdreck und Bambini und Bamboni? Das war das Fake-Item von dir gerade? Ja. Fick dich! Das mit der Lenkung. Jetzt bin ich extra außen gefahren, um so ein Item mitzunehmen. Hast du keins mitgenommen? Bin dazwischendurch gefahren. Bin ich ja froh. Wie hüpfen die denn alle vor der Kurve, Mann? Das ist hier ein Knopf, den ich nicht kenne. Nein! Wer hat denn diesen blauen Panzer erfunden? In der letzten Runde gehört der blaue Panzer verboten, außer für mich. Was war denn das jetzt für die Garabolage hier? Ja, ohne Scheiß mal, ey! Ach, komm schon! Jetzt gewinnt der Schwanz ruhig wieder... Oh, gegen die Wand. Jetzt werde ich wieder bloß dritter oder vierter oder keine Ahnung. Was für Pauschen wieder! Und der Kleckskopf! Komm bitte! Komm schon! Du ein Lack! Auf meiner Lieblingsstrecke vor allem! Auf meiner Lieblingsstrecke vor allem! Scheiß Eislemmt! Scheiß Eislemmt! Scheiß Eislemmt! Schein! Schein! Ah, es sei ein... Ein Duli! Bier Scheigeistrand! Ander was? Bomben, Explosionen... Krebse... Kurven... Kurven... Total unerwartet von mir Kurven in der Strecke! Ja, erstmal Speedy Gonzales mitten in so'n Krabbi da rein... Und gleich der Nächste! Oder so! Und ich kriege kaum Items, weil immer irgendeine andere Vollidiote vor mir Items und die Items wegnehmen! Und da kommt ein grüner Panzer direkt auf mich zu und ich sehe wieder nichts! Wie Sie sehen, sehen Sie nichts! Was soll das?! Der ist ein Erster! Ey, ich habe doch gerade das Ding nach hinten geschossen, das kann doch gar nicht sein! Boah! Wo... Was?! Wo? Keine Ahnung! Ist auf einmal vor mir so ein rotes Ding aufgetaucht! Was für Schirm! Der Gourmet, der Trüffelspeist später wie ein Trüffelschein! Dieser bist du schon wieder so weit vorne, Trüffelkopf! Damn, it feels good to be a Gangsta! Kann ich mich mal? Jetzt hast du schon ein bisschen auch lackert! Ich stand auf dem Grün, hast du es gesehen? Ich war auf diesem riesigen Grasblock und bin gar nicht vorwärts gekommen! Ja, ich habe gerade noch einen roten Panzer nach hinten geschossen! Hätte ich den nach vorne geschossen, wäre es völlig böse! Ja, ich weiß! Ich habe schon mal gesehen, dass gleiche die standete Ichche! Warum magst du heute den ganzen Tag? Ich fahre schon wieder direkt dazu! Du behinderter Hanswurst! Ah! Was war denn das?! Geil, ich habe einen Pau! Wieso hat es mich nicht verwischt? Wieso hat es dich nicht verwischt?! Ich will mein Pau-Symbol zurück! Ja, ich habe doch gratis... Fake-Item nach hinten geschmissen! Wurde wahrscheinlich reingedrückt! Au! Warum fahre ich immer in die Wand rein? Warum ist mein roter Panzer jetzt in die Wand reingefahren? Das ist die viel wichtigere Frage! Wie viele Bananen... Oh, Mann, ey! Schon wieder! Wer hat die denn immer, die roten? Schon wieder! Jetzt langt es mal aber langsam! Meine! Fress! Jetzt bin ich siebter! Ich war gerade erster! Nur kurz vor der letzten Runde! Ey! 50 Millionen rote Panzer dagegen! Das kann doch nicht sein! Die Leute müssen wahrscheinlich denken, wenn ich das zusammenschneide, das ist eine Wiederholung, was ich denn mit da reinschneide! Ist doch nicht lustig sowas! Ich fahre immer in die Wand! Aber jetzt kommt bestimmt wieder ein ro... Oh, das! Und jetzt hab ich meinen roten Panzer natürlich verloren! Die Mucke, wenn ich so... Abstand diesmal! Herstensweiler! Auch das mit den rote Rippeln! Ey, das... Da gab's wieder auf den Sack, ne? Echt? Drei oder viermal hintereinander einen roten Panzer reingekriegt! Ja, einer war ich! Danke! Oh ja, Tatsache! Wie hattest du das mal? Irgendwo auf zwei hab ich... Im letzten Rennen finde ich es raus! Zum Glück ist da nicht genau grad das Blitzdienstpunkt! Fahre sie bitte nix! So eine Quatsche zusammen! Was? Schon wieder ein roter? Und... Au! Weil du es mehr verdient hast! Hast du es geschossen? Nein! Ja, also, wie geht es dann? Wenn ich Erster war und du Zweiter? Was? War das dein Panzer schon? Nein! Oh, guck! Jetzt häng ich hier an der Wand fest und im Dreck! Und pau! Jetzt langts mal gleich! Genau! Und er springt hinter mir her und wartet dann auf mich! Fahr doch ne Kurve! Die ganze Zeit hat's doch gut funktioniert! Komm schon, jetzt fahr das Ding noch ins Ziel! Da haben dich aber echt nur die anderen gerettet, weil sie mich glaub drei oder viermal mit roten abgeschossen haben! Ich bin gerade mal so unfroh, dass es jetzt vorbei ist! Langsam kotzt mich so! Ja, übere! Die Informiererei, die ganze Zeit so knapp! Am liebsten wieder N64! Also das ist wirklich mit Abstand so als Fazit von dem ganzen... Das Beste mal! Das Beste mal bis jetzt! Mach wirklich am meisten Laune! Das war am spannendsten! Da war es auch nicht so! Ich finde, wenn du hier hinten liegst, dann kriegst du so üble Items, so wie den Kugelwilli oder den Kettenhund oder so, weißt? Das hat dann mit Fahrer schon können! Du kannst eigentlich hinten bleiben bis zur Hälfte Runde 2 und dann gibst Vollgas mit einem Kugelwilli und katapultierst du hier auf den zweiten Platz und dann musst du halt noch ein bisschen was rausfahren! Also N64 hat mir auch ein bisschen gefallen! Falls euch das Video gefallen hat und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Abo wäre super! Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns teilweise! Je nach Platzierung! Je nach Platzierung! Je nach Platzierung! Das war es erstmal für Mario Kart! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Ciao! Danke, dass du dir das Video bis zum Schluss geschaut hast! Das hat eigentlich jetzt eine Endcard gekommen, aber als echte Schwabe haben wir uns die natürlich gespart! Ich glaube, den Abo-Button findest du auch so ohne unsere Hilfe! Oder? Das denkt ja recht schön, gell!